Hallo, mein Name ist Oliver Nauroth und heute sprechen wir darüber, was ist, wenn man ein Lademanagement um andere Dinge erweitert. Dann kommen wir nämlich zu dem, was man Last- oder Energiemanagement nennt. Ein Last- oder Energiemanagement hat zusätzlich zu den Ladesäulen eben auch noch andere Erzeuger und Verbraucher im System, sowas wie eine PV-Anlage, im Batteriespeicher oder auch euer Gebäude. So können wir nämlich nicht nur die Ladesäulen energetisch berücksichtigen, sondern insgesamt energetisch sinnvoll handeln, also den Erzeuger, die PV-Anlage sinnvoll mit den Ladesäulen aneinander koppeln. Und das ist eigentlich auch schon alles, wo der Kernunterschied in der Erweiterung von einem Lademanagement zu einem Lastmanagement bis hin zu einem Energiemanagement liegt. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, dann sprecht mich gerne an. hey! Vielen Dank.